aber ich rede gerade mit deinem anwalt, es werden alle entschädigt und ärztlich betreut danke schön was macht ihr denn alle hier entschuldigung das war doch alles erfunden oder ja das kennen wir doch schon wir kommen zurück an der stelle auf jeden fall super 105 pro jahr ja die sucht kickt auf mir aber bald haben was geschafft dann bin ich freilag frei dün aber ja ich gebe jetzt mal so ein bisschen durch die sachen die welt schon kennen hört auf die haja halt dein maul hallo das schicksal kann man ändern das hast du mir beigebracht also ich frage mich schon eine weile kommst du nur wegen der wahrsage reist du mir nicht oder damit ich bei dir sein können das sind witzel oder nicht natürlich mag ich das auch das ist nur so eure plötzlich das sagst du dann ey ähm tut mir leid ich bin wieder in meinem dialekt gedrutscht ähm 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 ich freue mich schon so sehr darauf dich besser kennenzulernen aber die tarotkarten könnte ein schock sein mein liebes lög steht schon ewig auf null oder schon spät wir treffen uns später wieder zu mir dass ich zurückgerufen habe obwohl wir uns gerade verabschiedet haben die die lach ist naja ich wollte seine stimme hören und mal und spaß hat mich erwischt hahaha ich wollte auch eine stimme hören geht mir auch so Gute nacht Oh jetzt kommt ähm Kasumi im 3. Oktober jetzt So dann angeln wieder mal ein kleines bisschen Ich hab grad einfach mal ja ich bin ja grad einfach mal so ein bisschen ähm tutorial mäßig drin damit ich halt ich glaube ich muss das halt machen damit ich das Buch freischalte so Ich versuche jetzt einfach mal ein pfiff zu angeln und verpüße ich dann wieder Ich lass das nebenbei einfach mal so ein Video laufen Aber ich würde es halt hier auf jeden Fall mal so ein bisschen mitnehmen Welche Krüter nimmst du Ja passt schon Ich glaub ich sollte das nicht so einen großen Fisch an wie Leon Was ich das gesehen kann Ja komm da siehst du das noch schon Ja du musst du GehERS darf nur ziehen Wenn er halt äh wenn er drin ist dann darf ich halt drücken so Ja du musst du das nicht mehr Ja du musst du das nicht mehr Wie viel für mich? Ja du musst du das? Alter, ich brauch da halt einfach auch eine bessere Anhängerzone, ich hasse Angeln in dem Spiel. Ist zu groß, fuck. Komm, Fisch drehe ich um, ich glaube das sind zwei Fische, ich bin mir ganz sicher. Ah, ja, ja. Meine Güte, wie lebt mich schon... Komm, das ist gut. Komm, komm. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Jetzt müssen wir noch die Steuerung reinschauen. Ich muss den linken Stick halt benutzen, alles klar, okay, das habe ich letztlich gemacht. Aber eigentlich gehen die da echt gut drauf ein, wenn die den Köder halt lehnen, lo. Also 1.000 Punkte hatte ich schon irgendwie schon noch das letzte Spiel, so wie wir kriegen mittlere Köder. Was hast du für Preise, sag mal kurz, es gibt eine mittlere Köder, erstklassige Köder. mächtige angel dann hier so ein bisschen Hightech-Route ein Abzeichen, mit dem sich jedem Angriff ausweichen lässt ist halt eigentlich schon so eine Sache die ich dann doch nutzen würde jeden Angriff aus jeder Angriff würde ich halt Joker dann schon so geben so ein bisschen aber gut erst erreicht das ich denke mal werde ich wirklich so einen Stream mal machen ich habe jetzt ein Buch für Anfänger gekauft, ich wollte es eigentlich lesen aber irgendwie war das dann doch halt Secondhandler dann kommen wir noch ein bisschen drüber war das halt irgendwie so was wie es war einfach der Ort den haben wir halt kennengelernt so ach so ja jetzt brauchen wir noch einmal schmutzige Wäsche das letzte Mal schon aber gut das ist ein Thema früher mal anders du warst noch nie hier ja ja ich glaube ich glaube ich bin ich bin es ist ein künstler aber es ist okay künstler oder oder ich bin eine künstler Ich unterstütze das. Vielen Dank. Dann ist es, dass du dich sprechen. Deine Vertrauen. Nein. Was ist der Vertrauen? Entschuldigung, ich habe mich verletzt. Deine Vertrauen. Ob du recht hast? Ich schätze mich, aber ich mache das. Aber es ist gut. Wenn du dich 살hen, dass du dich auf dem anderen Seite bist, mich Freund, wenn du dich im Link fredigst. Ich habe mich dabei noch nie gehört. W�동feln ist etwas für mich. Kein Problem. Unbekannte nicht mehr, wenn ich die Unbekannte Ich bin Nanzi. Ich bin Nanzi. Ja, kenne ich doch schon. Lass ihn raus. Ich find's total süß. Ist halt echt so. Dann kannst du mir sagen, wieviel du bist. Voll fies. Do not fly. Das hab ich gehofft. Ich wollte euch mal kurz zeigen. Man kann hier nicht die ganzen Willenslamen kaufen. Hier die Sauernslamen, Füllerei, Eizigkeit, Wolos. Da haben wir ja schon einen Storytelling bekommen. Die haben alle was rumbekommen. Für 400 Blüten und mal neue Euro. Und halt so teuer. Aber man hat auch mal die Gelegenheit, die noch was rumbekommen. Das ist interessant auf jeden Fall. Und der wird immer gerne Glück kaufen. Und mehr brauche ich halt. Sorry, gar nicht. Komm, wer noch. Weiß ich nicht. So. Soll wohl jetzt hier die Möglichkeit geben, in Richtung Romantik zu gehen. Allerdings war das irgendwie nicht so ganz klar für mich. Also keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. Ich hab hier auf jeden Fall Internet offen so. Aber hier steht irgendwie, man muss halt so drei Sachen richtig beantworten so. Anscheinend. Keine Ahnung. Gucken wir uns das einfach mal an. Unsinn. Danke, dass du unsere Service nutzt. Heute ist der Tag, an dem ich aus meinem Job als Mate aufsteige. In bessere Sphären aufsteige. Danke für deine Dienste. Danke dir für deine Bemühungen als mein Meister. Schon mal Level 9, genau. Schaffst du alleine in Ordnung zu halten? So viele Gedanken ums richtige Essen. Und? Wirst du dich einsam sein? Ich möchte dich weiterhin sehen. Du fühlst dich schnell einsam, was? Solltest du lachen, solltest du aber nicht sagen. So sagen. Klar, manche Frauen könnten deine Absichten falsch verstehen. Sollte mein Wort so quittler... Ja, okay. Jetzt passiert das nämlich erst so. Man muss nämlich vorher erst mal schlägern, so. Das habe ich dann schon in deinem letzten Mal einfach nicht gemacht, so. Alles klar. Ich meine, was ich sage. Verstehst du, was du da sagst? Das ist keine normale Situation. Ich bin ein Meister und ich bin eine Lehrerin. Verdammt nochmal. Ich bin der Meister, du die Mate. Ich bin ein Mann, du eine Frau. Das ist sehr dominant. Warte, was? Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Warte, okay, okay, okay. Zeit, ich brauche mehr Zeit. Äh, 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 äh. Lass uns das mal nix mal besprechen, ja? Ich fühle mich so schmutzig. Ich möchte jetzt bitte gerne, ähm, die Trophäe Ampelwäsche wäschen. Ich hoffe, dieses Zeug wird lauber. Ich hoffe, ich kriege eine Trophäe. Dankeschön. Ähm. Entschuldigung. 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 Ich habe das richtig gemacht. Ich habe das wirklich ein Problem. Ich habe das sehr glücklich gemacht. Wunden zu mir, dass du, das hat mich zugebracht. Ich habe mich auch, dass ich mich auch erinnern. Ich habe mich auch, dass du auch erinnerst. Was macht das denn? Das ist echt unangenehm, ey. Ich bin ein Lehrerin. Ich bin ein Lehrerin. Das ist das Beste daran. Du wirst mehr Ärger bekommen, als ich. Mach dir darum keinen Kopf. Nein, nein, die Masagen bleiben. Wann hast du das bemerkt? Wann hast du das? Du bist nur ich. Du bist nicht so lange, wie du? Warte, warte. Ich habe nichts anderes zu tun. Ich habe viele Beispiele, aber... Der Beispiele ist so, wie ich, wie ich. Du bist so, wie du. Nein, man soll trotz allem, es ist nicht so unangenehm wie mit Oja, ne? Klingt beruhigend. Da kriegen wir auch kein Dom-Dom-Dom, ne, das ist ein bisschen schade. Naja, das ist nicht so viel, was dafür kriege ich schon die ganze Zeit. Deswegen bin ich jetzt hier oben New Game Plus so ein bisschen auch schneller, ne, weil ich halt auch die Arme mehr Arme habe, war gut. Oh, sorry, sorry. Ich will mich auf dich verlassen. Oh, unangenehm. Ich habe zumindest schon mal hier eine Hightech-Route, ne? Ich glaube, die konnte ich mir auch als Belohnung kaufen. Kaufen wir uns die mal so, ne, dann können wir bestimmt besser angeln. So, ne? Wir brauchen jetzt noch 22 Home Buns, glaube ich. Spielen wir einfach mal. Eigentlich sollte ich mich jetzt hinbekommen. Ich bleibe bei Anfänger, so. Ich bleibe bei Anfänger. Ich habe die falsche Starter gedrückt. Gut, ist okay. Ja, das war dumm. ja nur so halb oder so halb so halb sein und dann halt blau sein lassen dann schlagen das ist ja früher nicht weil ich nicht genau ob ich das auch alles mache ich mach einfach mal so ein bisschen das war so spät ja auch nicht zu lange warten aber halt nicht direkt ins blau wird aber es gibt halt auch die position und manche position besser als andere und so weit unten finde das einfach mal so ein bisschen schwierig da habe ich zu früh geschlagen und habe immer noch hier Harry Potter und der Gefangene von Askewan laufen wie vorhin schon das Video was es vor ein paar Sequenzen hat ich glaube es nebenbei laufen das ist Harry Potter ja ja ein haumann ohne animation menschen begeistert das war keine hohen wollen wir haben eine freikarte die könnten wir mal tagsüber nutzen das ist zu hoch oh man ist noch viel besser als ein haumann ich verstehe das nicht der haumann ist richtig zählschreibe aber das hat kein haumann aus der definition daraus würde ich meinen Na komm, komm, noch einen Hohmann, dann hab ich dann keine Bock mehr. Ernsthaft, du musst komm, gib mir jetzt den Hohmann. Wollte ich eigentlich noch in die Diebesgelder gehen, aber das wird jetzt direkt unterwunden. Na ja, gut. Was hat er gerade im Dezember gesagt? Im Dezember gibt es einen rechtlich schwierigen Kurs, alles klar. So, es ist soweit. Ihr lebt es. Na wüten, annullieren, weg mit dem Scheiß, kann aber auch das. Allmächtig, Mensch, das ist doch gut. Dann streite ich doch noch mal direkt ab von meiner Liste. Und ja, wir werden ihn bald in einen Latz sehen. Machen wir es noch mal ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller geht's. Darf ich jetzt auch, um dann direkt bei Blau bedrücken, ne? Ich glaube, ich würde schon mal mit Erstball schwingen. Mal halt du erstmal einen Schläger, Mona, dann reden wir weiter. Und das Video läuft immer noch, ist jetzt bei anderthalb Stunden von 5. Ich denke, wir müssen uns jetzt wirklich fertig machen, so, ne? Aber manchmal rennt es nicht weg, so, ne? Allein schon, dass ich es halt im Dezember zweimal spielen muss, ne? Da habe ich ja genug Zeit für sowas. Ich werde idealerweise beim ersten Dezember-Play-Fu dann, wenn ich halt das Persona auch original Endes zeige, halt erstmal möglichst Lachen machen, die ich halt nicht nochmal spielen muss. Muss ich mal gucken, ne? Dann Lachen, die wirklich was bringen fürs Spiel, dann auch wirklich einfach beibehalten. Weil, wie gesagt, ich finde das ganz cool, wenn ich dann eh im Trimester machen kann, dass man halt auch einfach nochmal Maruki nochmal machen kann, den Maruki-Kampf. Mit dem Intro, dass ein Homer nicht als Treffer zählt, aber das verstehe ich schon. Und ja, das ist halt so weit alles ein ganz guter Plan, ne? Ich bin gespannt, jetzt wird das eine Folge ohne Boss. Aber ich glaube, wir sind schon jetzt ungefähr eine halbe Stunde drin, glaube ich. Ich weiß nicht, ungefähr. Wäre wild, ne? Aber wenn es zeitlich halt so ist, dann ist es halt so, ne? War ja auch ein Niedererfolger, glaube ich. Ja, wir haben ja auch einige Level, 9, Level 10 Events auch mehr gehabt, ne? Sind jetzt, glaube ich, noch Futaba und Haru offen, glaube ich. Zumindest für die, ähm, Romantik. Dann in general, dann halt noch Kasumi Sumiro, ne? Nicht romantisch begegnen. Dann kriege ich das nicht mehr hin. Das war, glaube ich, noch ein bisschen länger warten. Hm, das war, glaube ich, ein bisschen zu kurz, glaube ich. Fast. Ja, das ist doch wieder doof hier unten. Ja, jetzt habe ich so ein paar Treffer und auch Nachfeldziele komplett weg. Das ist ein bisschen blöd. Meine, wir kommen, das hätte auch Romant sein können. Da waren noch elf Romants. Ich habe nachgeschaut, das passt doch alles mit der Statistik. Sind wirklich noch elf, die ich jetzt brauche. Und zumindest, es lag, ich brauche nur noch Szenen. Wer ist am Ende so im Grund, wo ich sagen kann, okay, das ist gerade auch wirklich scheiße. Ich hör auf. Aber irgendwie, man, irgendwie will es gerade jetzt nicht mehr. Ich habe mittlerweile auch das Angelbuch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, weil es ist eine gute Angel. Das ist eigentlich ganz gut. Das wäre so eine Sache, die würde ich dann auf jeden Fall auch in einem Playthrough machen, der halt dann relevant ist. Aber wie gesagt, der Persona 5 Original Ending, den verwerb ich dann wieder. In dem Moment, wenn wir jetzt zurückgehen und dann noch mal in das dritte Trimester reingehen. Ich muss halt nur im richtigen Augenblick einen separaten Spielstand anlegen. Das heißt quasi, im letztmöglichen Moment, wenn ich noch mal Ruki machen kann, dass da dann halt die Timeline-Splittung stattfindet. Was soll denn das? Komm, wenn ich jetzt noch eine Fahrt habe, dann nehme ich sie doch sehr gerne mit. Oh, was war das denn? Komm, ich war ins Wandel noch. Letzte Chance für einen Lauf. Okay, wir gehen. Okay, wir gehen. Ich bin jetzt noch ein bisschen mit ihr. Nee, 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 die beiden hatten wir schon auf Herball. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt einfach Haru, habe ich glaube ein bisschen Playthrough genommen. Weil Makoto hatte ich ja im Scream schon. Deswegen war das jetzt für mich interessant an dem Kawakami. es wird peinlich. Oder so. Hilfe. Du bist sehr stattlich. Oh. ich habe kaufschmerzen auch das land auf jeden fall Danko. Wie hat denn eure Massage? Danke. Es sieht köstlich aus. Gut. Dann gehen wir in die Arbeit. Oh, das war die vorhin. Das ist so gut. Schau dich an. Ich wollte eigentlich das jetzt auf dem Ragnarok spielen, die DLC, aber der muss noch installiert werden. Von daher, das Spiel ist jetzt ein bisschen hier so. Jetzt läuft kein, ähm... Noch mal weit fortgeschritten. Jetzt läuft kein Harry Potter mehr, sondern jetzt gucke ich jetzt bei Bacon Suck und der Stream heute jetzt wieder Final Fantasy 7 rüber. Ich hoffe natürlich, es braucht mir das anzuschauen. Es ist immer das gleiche. Es ist immer das gleiche. Es ist wie wenn es die Tastik gedrückt habe. Das war es in der letzten Folge. Ich war auch schon in dieser Folge. Wir müssen irgendwie ein Gefühl entwickeln. Komm her, ich hatte doch den Ding berührt. Was? Na komm. Das ist ein Gefühl ohne Wahl einfacher. Ja. Das war zu spät. Wenn man nichts würde, laden ich dann den Spielstand und ich seh davon nichts, ne? Meine Güte. Danke. Danke schön. Noch neun. Immer noch neun. Bölle. Bölle. Danke. Danke. Ja. Ist okay. Das war zu spät. Ich bin ganz positiv. Ja. Ja. Ja, das ist gut. Meine Güte, komm, triff jetzt. Aber wir werden weiterhin dafür so Tage verschwenden, so, weil wir uns jetzt eh nichts anderes tun können, ne? Da wäre halt eine Möglichkeit darüber nachzudecken, okay, ich springe nochmal zurück zum Vormittag und, naja, geht halt in Mementos oder so. Mementos, der muss einfach wegen Futaba auf jeden Fall, wegen den Futaba-Fäuse bekommen. Meine Güte. Ja, das ist noch da. Da, da, da. Müssen wir erwarten. Ich hätte Schwierigkeiten, ich hätte einfach bei dem Langklappen bleiben sollen, ne? Ich hätte es noch ganz leer, was von der Open World, wenn sie sie lieben, wie wir verhalten sollen. Eigentlich ganz cool, aber ich hoffe einfach, meine Güte ist da nicht zugemüllt. So, wie, keine Ahnung, was ich jetzt auch nicht sehe. Aber das erkannte man da, wie der aktiv war, das finde ich halt, ist da wieder so ein bisschen kacke. Ne? Es müsste wahrscheinlich zu spät gewesen sein, ich weiß es nicht. Boah, das ist früh. Oder ist der Ball? Ja. Immer noch ein bisschen Gutschein schon mal freigeschaltet, ne? Weil es auch immer tagsüber geht, ne? Es geht, ja, ne. Jedes tagsüber geht es lieber in Mementos, so, ne? Weil es Boris hat auch. Ich würde halt gerne, dass es alles schaffen vor dem Split-Zoom mal gucken, ne? Einfach, um halt, ja, wie möglich, doppelten Arbeitsaufwand zu sparen, ne? Da werde ich natürlich auch in beiden Universen dann meine, meine Konfidenz hoch machen. Und das dauert jetzt lange so, ne? Aber, wenn es jetzt nicht, muss eigentlich auch gut. Wenn ich jetzt auch die ganze Baseball-Sache fertig schaffe, warum soll das nicht mehr machen? Na, ich könnte nicht mit Mementos gehen und da irgendwie maximal einen Schaden da raushauen, das ist jetzt gut. Okay, noch fünf, komm, schaffen wir jetzt. Nehme ich auf. Keine Ahnung. Sieben Minuten jetzt schon hier, in dieser Session. Ja, komm, ich mach das jetzt fertig, so, ne? Oder es gibt gleich noch mal zurück und, klar, kommen wir später noch mal wieder. Machen wir mal die schnellere Stufe, aber die kennen wir, ja? Es gibt ja auch eine ganz schnelle Stufe im Dezember, nur das könnte es dann eigentlich auch im Dezember wiederkommen. Und das kann man ja dann eigentlich auch, ne? In einem Universum machen, wobei es jetzt eine krasse Belohnung gibt, die ich dann vielleicht doch schon gerne regulär auch hätte. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Ich würde es jetzt gerne einfach schaffen, so. Los, komm her. Sehr gut. Komm, noch drei. Noch zwei. Jetzt gibt es keinen Grund mehr aufzuhören, ne? Jetzt gibt es keinen Grund mehr aufzuhören, hoffe ich. Ja, okay, wenn das Update fertig ist, ne? Ich kann auch nicht mehr so einfach so loslassen, loslassen, ne? Weil sie dann halt wieder meinen Stick bewege, so ein bisschen. Ja, da bin ich gerade, da habe ich mich gerade zu sehr aufs Licht abrutschen, konnte ich, dass ich abgerutscht bin. Kennt man doch. Sehr gut. Dann denke ich halt, die sind jetzt selber, außer wir jetzt auf jeden Fall auch mitmachen, dann denke ich mal auf dem regulären Universum. Falls es da irgendeine Belohnung gibt, ne? Dass ich die halt dann einfach mithabe, ne? Dann im richtigen Spielstand. Ernsthaft? Komm, die Nummer 40 ist, oder das 42 ist, die Antwort auf alles, ne? Denkt man ja. Danke. Danke. Du bist echt gereift. Das ist aber vor allem auch genau auf Höhe 50. Erste Klang, fühle ich mich in letzter Zeit erst etwas an meinem Herzstück richtig schnell, wenn wir zusammen sind. Und wenn wir jetzt nicht sind, kann ich nicht aufhören, an dich zu denken. Bist du okay, Futurber? Nein, überhaupt nicht. Eher okay. Andererseits geht es mir auch gut, so, ne? Übrigens, ähm, kann ich dich noch mal einen Gefallen bitten, einen ziemlich großen? Können wir das letzte Vorhaben weglassen? Wenn du willst. Kann einfach nicht ohne dich klarkommen. Das Leben fühlt sich anders an, wenn du nicht bei mir wirst. Ich meine, äh, ist das aber... Ach, ich weiß auch nicht. Templer, du bist immer so nett zu mir. Ein bisschen sowieso, Jiro. Aber bei ihm ist das ja auch klar. Ist ja quasi mein Vater. Aber warum bist du so nett zu mir? Bin ich, ähm, die Einzige, die du so behandelst? Nein, bist du nicht. Warum Templer? Weil ich dich liebe. W-was? Man hätte sich gerade anders, als würde ich erst gleich aus meinem Körper springen. Ich glaube, ich sterbe. Hää? Dieses Gefühl, Liebe. Ich habe immer gehört, dass Liebe die große Freude auf der ganzen Welt ist. Aber, äh, also liebe ich dich wohl. Dann heißt das, du bist mein Freund. Und ich bin deine Freundin. Voll süß. Das wäre schön. Schön, was nicht? Lebst du noch? Das war so überraschend. Äh, ich glaube, ich verstehe es. Ich liebe dich, mein Freund. So süß. Okay. Hm. Hm, Verstärkung einwechseln. Das habe ich glaube ich auch noch nie genutzt. Richtig. Mhm. Ich werde ab jetzt immer alles geben, als er dumm die bin, klar, aber vor allem mit deiner Freundin. An Tsuchiro sagen wir davon nichts, bis du dann an Hawaii-Tag zufällig vorbeikommst. Ähm, willkommen zu Hause, Liebling, soll ich dir Abendessen kochen oder Badeinnasen oder vielleicht, äh, ich meine, äh, was willst du? Morgana. Tschüss. Das ist ziemlich romantisch, äh, es war eine nette Abwechslung, anders als die Wäscherei letztens. Ja, okay, Leute, Hilfe, was? War doch nur ein Witz. Ich dachte nicht, dass ich dir das so Angst macht. Du musst dein Medikament und uns versaudern, ob ich deine Nerven mit gerade Selle erschüttern können. Das ist mein Spruch. Hm. Achja, bisher weisen mein Leben oft verzweifelt, aber das gilt wohl für uns beide. Vielleicht waren wir uns von Anfang an ähnlich. Deine Pupillen waren erweitert, aber ich bin beeindruckt, du hast da nicht weggeschaut, du hast gerade eben, wollte ich mich geschlagen geben, aber du hast so schöne Augen. Was man bei einem Schreibtischjob gebrauchen kann, ja mal gucken, ne? Äh, Schreibtischjob, das habe ich doch gar nicht gekauft, so ne? Für Beschäftige, Geschäftsleute, naja, ne. Ah ja, für Büroangestellte. Kindest, na egal. Ich muss auch noch ein paar Geschenke abgeben, ne? Wovon redest du? Wovon redest du? Er ist ja nicht wie die Spiele zu leben, du kannst du hier zu gehen, was ganz wichtig ist. Es ist kein Geschenke abgeben. Es ist aber... Kau übernommen, dass ich eine Person vielleicht alleine auf Akihabara zu kaufen. Sie sind vom Menschen abgedeckst, aber Sie sind einfach außen hinzukehlt. Ich bleibe. Das ist ein Zechner, das ist... Das ist ein Schuss, oder? Das ist so schön, oder? Ich habe keine Ahnung, oder? Ich habe keine Ahnung, oder? Ähm, T-Tonikaku, das ist jetzt so. Das ist ja nicht so. Mission abgeschlossen. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Du kriegst die Platin Trophäe. Was ist denn los? Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Entschuldigung? Oh, ich habe nichts dagegen. Du hast es nicht gerecht. Oh, nein. Oh, ich habe nichts dagegen. Ich habe es auch nicht gewähnt. Ich habe es nicht gerecht. Es wird sich wieder auf dem Weltraum schnauert. Bis zum nächsten Mal. Wir machen das zusammen. Ich darf nicht gewinnen, willst du auch einen Job? Ich halte mein Versprechen. Ja, ich habe viele Sachen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich habe das auch vergessen. Ich habe, am Anfang, ich habe das Leben bekommen. Ich habe gesagt, dass es so gut ist und ich habe gesagt, dass ich meine Frau nicht so kann. Ich habe mich zu leben. Ich bin jetzt wieder da. Ich werde das Gericht auf den Antworten machen. Ich habe es verändert. Jetzt habe ich die Halt. Ich habe es gesehen. Ich habe die Halt. Ich werde mich nicht mehr für mich, sondern nicht mehr für mich. Ich denke, es ist für für einfachen Job. Ich denke, dass ich nicht mehr für mich für mich. Ich werde mich für mich nicht mehr für mich verletzten. Ich bin ein Nanchi, ich bin ein Nanchi. Letzte Rettung, sehr schön. Der wäre so ein Toto-Stern, ne? Aus dem Final Boss von Final Fantasy IX. Ich hätte nur noch einen Sieguit-Boss raus müssen, das ist ein Bild. Na gut, darum soll es nicht gehen. Prometeus haben wir dafür. Ich zähle auf dich. Das gleiche hast du bereits. Oh, wirklich? Das ist aber klein, ne? Das gleiche hast du schon. Weine nicht aus, weine ist wichtig. So, der Primelamskip wird vollzogen. Maruki ist nicht zu mir gekommen, das heißt, das Persona 5 Original Ender sollte nicht mehr im Weg stehen. Und ja. Ich habe jetzt einen anderen Plan. Ich will jetzt keinen herausfordernden Kampf, deswegen habe ich hier auch schön Satan ausgerüstet. Ich will hier einfach mal das zeigen, was ich am letzten Mal nicht gezeigt habe. Was ist denn? Was ist denn? Wir schaffen es auch schon in der nächsten Folge, in der nächsten Folge schon das OG Endes zu zeigen, mit allen drum und dran und dann in der nächsten Folge dann wieder in der Time-Land oder in der Maruki. Hier. Ähm, naja, ne? Gelevelt ist. Ja, die schummelt halt, ne? Wissen wir ja. Wissen wir ja. Ja, beim letzten Mal war es einfach so ungeduldig, das weiß nicht. Aber sie schummelt, ne? Das ist offensichtlich. Ich weiß etwas. Ich benutze ein Glasdeckel. Klingt ja der ältere Formuliertono. Der deppt man hier. Der macht einfach irgendwas so. Ist okay. Ja, keine Ahnung was soll ich denn machen und so. Aber halt angeblich soll man dann halt irgendwann, soll es halt irgendwann einfach trotzdem weitergehen. Das müsste ich das gerne einfach haben, aber irgendwie. Ich hab am letzten Mal, wo du es auch nicht... Ich weiß es nicht, ne? Ich will einfach als Satan eh auf sie hetzen gleich, dann passt das schon. Ich kann mal was anderes setzen. Ich will auch immer eigentlich gewinnen, ne? Das ist auch ein bisschen tummeln wir. Das ist schon mal leider, dass ich quasi nur hier drin. Ja, dankeschön, aber ich muss nur irgendwas dagegen tun, dass hier kummelt wird. Ist doch egal. Mach jetzt. Ja, das ist ja ein bisschen schnell eine Folge geschafft, ne? Na, jetzt willst du es aber auch, dass wir es nochmal fertig kriegen, ne? Das ist halt so ein bisschen der Motivator. Ich will dann nochmal so ein bisschen Pause haben, bis der Person nach 3 Reload. Ja, ja, komm. Ja. und das sp dass sie verbrauchen können und das spät, dass sie nicht mehr so viel zu tun Ich versteh halt nicht warum das ist aber lewig da, wenn man im Genießerhecke hier nur zeigen möchte, Schoko waffeln. Ich hab übrigens auch viel Sport gemacht, Sloane. Noch mal ein bisschen Fitnessstudio gebeten, auch mal für Sport. Bei mir müssen wir, wenn wir uns dann hab ich noch so viele TP. Erstmal ein bisschen. Ich hab keine Ahnung, funktioniert nicht. Ich probar Internet. Ich probar Internet. Wir müssen einfach nur wissen, wie das Easter Egg funktioniert. Dass man halt nix macht, so. Dann gehen wir an, die Blume sind. Also wir müssen da ein bisschen vertrendemacht werden. Okay, so. So! Untertitelung des ZDF, 2020 Du bist immer du. Du bist immer du. Du bist immer du. Du bist immer du. Hey, danke schön. Was ist das? Ika-sama? Du bist immer du. Du bist immer du. Du bist immer du. Du bist immer du. Na komm, das kennen wir schon. Ich bin hier voll aufgeladen. Das wäre ganz cool. Da haben wir den Tropfen. Ja, das brauche ich halt jetzt so, ne? Modliches Pirotten, dankeschön. Gucken wir, ob Lata da wäre. Wobei, jetzt haben wir da Schutz gegenüber allen Angriffen so, ne? So, ja. So, wie es knallt jetzt einfach weg, ne? Weiß ich irgendwas. Irgendwie nicht. Wobei sie gerade daran und sie gerade Wind hat, ne? Komm. Ist das so? Ich verstehe ja schon gar nicht. Okay. Zeit für Roho-let. Ro-let macht so Spaß. Besteilung verstärkt, dankeschön. Komm, dann gib mal ne Heilung. Hier die Wiener sind auch sonst gut. Das ist doch alles mit einem guten Preis, ne? Komm, weg mit dir. Ich weiß, dass du leider ein bisschen zielt. Da, 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 da. Einfach wegknabbern. Was war das? Dankeschön. Was ist jetzt hier so eine Sache? Hm. Irgendwann ist es jemand. Kannst du gar nix? Mal. 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 A. Ein bisschen kam sie mir doch. ich Halt mich noch mal ne, dann stellt alt tp eines verbündet wieder her, gut. Ich kann eigentlich noch einen richtigen Großeinkauf bei Takemi machen, hat sich noch vor dem Universumswechsel gemacht, aber gut ne. Ja, alleine ist doof, ne. Alleine ist einfach doof. Wirkliche letzte Woche. Hallo Gruppe. Und Makoto, komm her. So ist in dem Platz nicht mehr laut über die Waschmaschine. Oh, ich hab jetzt keine Lust auf eine Herausforderung, ich würd jetzt einfach hinter mir schriegen. Wir haben danach erstmal Verzogna Pause, ja, ja doch, ja. Ich hab wieder ein bisschen sehr viel geballert, Gruppe. Dann holen wir nochmal die Mokana, ganz wichtig. Tschüss. Sie schummelt halt, ne. Ja. 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 Wie geht's doch? Wie geht's doch mit Bogen. Wie geht's doch? Ich hab ihn aber auch mit Bogen. Hör ihn aber überhaupt nicht immer nach. Wie geht's doch? Es geht. Wie gore? Ich hab ihn ja immer noch. ja mach einfach irgendwas, wir gehen ja anscheinend jedes mal, makoto ist anscheinend noch gut positioniert ja 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 Das war's für heute. So, wir knallen jetzt einfach, ne? Da sind wir noch ein paar mehr Leute, ne? Und ein paar Leute, die uns auf Shoka den Weg stellen, so. Ich glaube, jetzt zeige ich aber nicht die Kämpfe danach, sondern gehe erstmal so ins, ähm, zeige dann mir wirklich darauf, das Ende zu zeigen und mache dann halt, wenn ich dann in meinem richtigen Playfuler bin, dann die, ähm, Boss-Kämpfe für die Shoshido und, ähm, den anderen halt. Gott. Komm, Mona, heilen. Ich hätte jetzt schon kam, die letzte Rötterung, das ist traurig. Ich bin natürlich auch gespannt, wie dann halt der Kampf gegen die Spillinge wird, weil er sollte jetzt eigentlich auch so ein bisschen, naja, fairer sein, ne? Was heißt fairer, aber, ne? Ich kann ja länger überleben, meine Kollegen können länger überleben und ich kann auch gerettet werden, so. Ich hab, meine Freunde, die nicht alle. Ich füge den Mannen. Ich füge die Moinheit. Ich füge den Mannen. Ich füge den Mannen. Mit der Anstieg wieder beleben. Komm, Eingriff lenken. Schön ausgewischen. Ist auch immer irgendwie 9999 Schaden, hab ich doch mal versucht mit Mentos, aber keine Ahnung. Darum hätte ich mich vielleicht mehr boosten müssen und den Gegner hätte ich noch mal ein bisschen decken müssen in der Verteidigung. Schauen wir mal die Verteidigung von ein. Ich bin wieder Roulette Nacht, sehe sowieso einen Angriff und so sehr stark wurde ich. Schauen wir mal die Dühne, ich mache überhaupt den Schaden. Sehr schön. Das tat wir. Ich muss halt auch so auf fokussieren, ne? Fokussieren, aufladen und so, ne? Stark sein. Was ist gut, O? Was ist gut. Ja, was ich... Was ist gut? Oh Alle heilen bitte Arnis auf Feuer Now Wenn ihr nicht geholfen habt, dann geht es gut. ich bin auf jeden Fall ganz drauf, dass wir das geschafft haben, es gibt auch noch mal einen Hitzeanstieg. Aber ja, ich würde mich an der Stelle einfach mal von euch verabschieden. Ich denke mal, in der nächsten Folge ist es eigentlich recht gut möglich. Je nachdem, je nachdem wie voll es dann halt alles wird, so. Aber theoretisch sollte es möglich sein, um das Ende mit einzubinden. Ich denke, die Folge dann wieder ein bisschen länger. Mal gucken. Je nachdem, wie es halt inhaltlich dann aussieht, sehen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall das Audrey-Ende und auch nochmal den Einziehen-Tag. Das heißt, übernächste Folge wäre dann, ähm, ich bin ja auch nicht tot. Übernächste Folge wäre dann, ja, dann wären wir dann wieder da, dann geht es das dritte Trimester und dann wäre es auch noch voll und dann war es das auch vor dem Projekt. Hm, mal gucken. Mal gucken, wie das am Ende geschnitten wird, zusammengepackt wird. Bis dann und ciao. Bis dann.